Herzlich Willkommen, du wundervolle Seele, zu deinem Lieblings-Podcast für Berufung und Business. Hier erhältst du deine tägliche Dosis High-Energy-Inspiration, wie du ein erfülltes, erfolgreiches und seelengeführtes Business manifestierst. Also, let's do it! Jump in und Inspiration on! Ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Soulbiz Reading der Woche. Für dich, deine Erfüllung, dein Business, dein Erfolg. So schön, dass du hier bist und Lust hast, wieder in eine großartige Woche mit mir gemeinsam zu starten. Und bevor wir das tun, bevor wir in das Soulbiz Reading der Woche eintauchen, möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich zu bedanken. Zum einen möchte ich mich bedanken für all das grandiose Feedback zu diesem Podcast Berufung und Business, dass ihr das so sehr feiert mit der Grundintention, mit der ich auch hier reingegangen bin, dich jeden Morgen zu inspirieren, die beste und geilste Version von dir und deinem Business zu leben und einen Beitrag dazu leisten mit dieser morgendlichen Inspiration, mit diesem Energy-Update. Und so wie ich es mir gedacht habe, so ist es auch, wie es bei euch ankommt. Und ich liebe das. Ich liebe es, dass wir hier gemeinsam wirken und dass wir für eine großartige neue Art des Wirkens, der Erfolge auch letztendlich gehen. Und wie gesagt, ich bin so dankbar für euer Feedback und dass wir das hier gemeinsam machen. Und das andere ist, ich danke auch für euer grandioses Feedback zu der Soulbiz Healing. Und das ist echt total verrückt. Ich habe euch erzählt im Podcast und kurz davor auch in den Storys bei Instagram, dass ich diese Soulbiz Healing bei meinen Kunden anwende. Daraufhin kam eine richtige Flut an. Was ist das genau und was bedeutet das? Und dann habe ich ein Video dazu gemacht und habe zwei Soulbiz Healing sozusagen als Slot verkauft. Und es ist unglaublich, was da zurückkam. Also die Resonanz von euch, die ist unglaublich. Und daraufhin hatte ich den Impuls, nicht nur das zu machen, sondern das Ganze auch auszubauen. Denn letztendlich habe ich gespürt, dass genau das im Feld ist. Dass genau das jetzt so wichtig auch für euch ist, um tatsächlich mit dem eigenen Business einen Quantensprung zu machen. Und im Grunde war es so, innerhalb von ein paar Minuten haben wir ein komplettes Angebot diesbezüglich erstellt. Und in der es nicht nur diese Healing, also diese Soulbiz Healing Session gibt, sondern auch eine vierwöchige Begleitung on top. Und wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, ich habe hierzu auch ein sehr interessantes Live gemacht auf Instagram mit dem Titel Wie kreiere ich ein erfolgreiches Angebot, welches sich wie ein warmes Semmel verkauft? Geh einfach mal auf Heidi Wellmann bei Instagram und dann kannst du dir das Video anschauen. Es ist nämlich total spannend, wie Dinge entstehen, wie neue Angebote entstehen. Und das ist ein, ja, fast wie ein Fallbeispiel letztendlich. Und von daher möchte ich das gerne mit dir teilen. Denn es kann dir auch genau den Impuls geben für das Kreieren deiner Angebote. Denn es ist viel einfacher, wie wir denken. Ich weiß, manche docken dann schon ewig an diesem Thema herum und überlegen, wie sie denn, was für ein Angebot sie machen und feilen da dann rum an, wie sie es genau positionieren, wie sie es vermarkten, welchen Preis und so weiter. Also da ist so viel, ich sage jetzt mal, Denk- und Kopfenergie drin, dass eigentlich das, was da durchfließen möchte, oft blockiert wird. Und an diesem Beispiel, an der Soulbiz Healing, ist es so, teile ich, wie gesagt, in diesem Video gehe ich darauf ein, wie das Ganze im Detail entstanden ist und wie ich daraus eben diese vierwöchige Begleitung kreiert habe. Und zwar ganz easy, ja, und leicht. Und eben auch, dass die Menschen einfach bereit sind, dafür zu gehen, bereit sind, dieses Angebot zu buchen und total happy sind damit. Also das ist sozusagen eine Win-Win-Win-Win-Win-Geschichte. Und wie gesagt, schau dir gerne das Video dazu an. Ich verlinke es auch gerne nochmal unten drunter. Und natürlich kannst du dich für dieses Soulbiz Healing auch noch bewerben. Was heißt auch noch? Also du kannst dich hier für aktuell bewerben. Und ich freue mich sehr, da immer mehr in die Tiefe zu gehen. Also das macht mir nämlich total Spaß. Das ist eins meiner Superpower-Kräfte, dass ich wirklich erkenne, wo wirklich die Blockaden in einem Business sind. Und nicht nur in einem Business, weil wir sind ja mit unserem Business eine Einheit, sind wir ein Zusammenspiel. Und da ist zum einen, kann es im Business irgendwelche Blockaden und energetische Verknüpfungen geben, die nicht dealig sind, aber genauso in uns selbst. Und auch in dieser Verbindung, also von deinem Business und dir. Und das ist total spannend, denn, wie gesagt, das ist einer meiner Superpower-Kräfte, dass ich erkenne, wo genau diese Blockaden sind, wo sie verkörpert sind, diese Blockaden, und wie wir die transformieren können und sie da sozusagen in diese Energie wieder transformieren, die uns dient, das zu leben, was wir eigentlich wirklich leben wollen. Das Business zu manifestieren, was wir wirklich manifestieren wollen. Und wie gesagt, ich liebe das. Und wenn du bereit bist und ein eigenes Business hast und es nicht ganz so läuft, wie du es gerne hättest, also du nicht die Ergebnisse hast, die du gerne hättest, es ist egal, wo du gerade stehst, ob am Anfang, dass du gerade dein Business startest oder vor hast zu starten oder dabei bist oder schon ein Business hast, es ist egal. Je nachdem gibt es andere Themen. Und was besonders spannend ist natürlich, gerade so ein Service-Healing zu machen, bevor wir starten mit dem Business. Denn das ist total spannend. Viele starten ein Business mit sehr viel Altlasten. Und gerade wenn es auch das erste Mal ist, dass du ein Business startest, nehmen viele diese Energie aus der, vielleicht aus der vorigen Arbeit, aus dem vorigen Wirken einfach mit und merken das gar nicht. Und das ist oft ein Thema, warum Business scheitern. Weil das Alte sozusagen nicht geklärt ist und wir dieses Alte, diese alte Energie, alte Verhaltensmuster, alte Glaubensmuster, Konzepte und so weiter in das Neue hineinnehmen. Und das ist, wie gesagt, oft ein Hindernis. Und natürlich ist es auch so, wenn wir ein Business haben und wir sehen zum Beispiel, dass es im Marketing nicht so läuft oder mit den Einnahmen und so weiter. Und dann ist es oft so, dass wir, meiner Erfahrung nach, an den falschen, in Anführungsstrich, Hebel ansetzen. Also wenn wir Marketingprobleme haben, also wenn das Marketing, wie wir es machen, nicht den gewünschten Erfolg bringt, setzen wir tatsächlich oft am Marketing an, weil wir glauben, das Marketing wäre das Problem. Ist es aber nicht. Genauso ist es beim Geld. Wenn nicht genug Geld auf dem Konto ist, wenn nicht genug Einnahmen da ist, glauben wir, dass Geld das Problem ist. Und wir denken vielleicht, wir müssen was an den Preisen machen. Je nachdem, wie du programmiert bist, denkst du, vielleicht sollst du die Preise niedriger machen oder sollst du die Preise höher machen und so weiter. Dabei geht es gar nicht so sehr um das Geld an für sich. Auch hier, es geht immer um die Dinge dahinter. Was hat dazu geführt, dass das Marketing nicht funktioniert? Was hat dazu geführt, dass du nicht die Einnahmen hast, die du gerne hättest? Und jetzt kannst du an diesem Thema Geld rumdoktern und du kannst vielleicht auch alles Mögliche dazu tun. Wenn du aber nicht bereit bist, in die Tiefe zu schauen, also dir das Energetische auch anzuschauen und zu sehen, wo der Ursprung ist. Und hier geht es nicht darum, dass wir in der Vergangenheit oder so wühlen, sondern einfach nur darum, dass wir Energie transformieren. Energie kann nicht zerstört werden. Energie transformiert sich nur. Und wenn du eine energetische Blockade zum Thema Geld oder zum Thema Marketing hast, dann kannst du alles Mögliche tun, also auf der praktischen Ebene, auf der Tun-Ebene und es wird sich nicht viel ändern. Ganz im Gegenteil. Oft kommt dann dieser Frust, ja, ich mache doch schon so viel und es klappt nicht. Weil der Ansatz einfach der oder der Hebel der falsche ist, der angesetzt wird. Und wenn wir aber uns die energetische Ebene anschauen und da auflösen, wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass wir alles Mögliche zerpflücken und da bis ins Detail reingehen. Das macht meines Erachtens nicht besonders viel Sinn, weil das Leben zeigt dir ja deine Themen. Es zeigt dir, was nicht läuft. Und wenn es das Marketing ist zum Beispiel oder wie gesagt die Einnahmen, dann ist es ein Signal, wo du hinschauen darfst und dir erlauben darfst auch zu schauen, okay, das willst du nicht, aber was willst du anstatt dessen? Und ein Bewusstsein dafür zu haben und viele sehen einfach nur das, was ist und sagen, oh Gott, oh Gott, ja, es läuft nicht, es läuft nicht und vielleicht soll ich ja aufhören oder was auch immer oder strengen sich besonders an. Beides ist nicht das, was dir die gewünschten Erfolge bringt. Und das geht hier viel, viel tiefer. Es geht um Energie, es geht um Transformation, von nichtdienlichen Programmierungen. Es geht aber auch vor allen Dingen darum, wieder in eine bewusste Schöpferkraft zu dieser Thematik zu kommen. Denn deswegen zeigt sich ja diese Thematik. Und all das ist Teil des Soulbiz Healing. Ja, also wie gesagt, je nachdem, wo du stehst, bewerb dich gerne. Unten drunter findest du alles verlinkt. Und dann können wir uns auch anschauen, was bei dir so los ist, ja, was bei dir, ja, deine Stolpersteine sind, deine Herausforderungen, deine, ja, aber auch deine Möglichkeiten und Gelegenheiten, tatsächlich das geilste Business ever zu manifestieren. Nämlich dein geilstes Business ever. Ja. Also, das war erst mal diese relativ lange Vorrede. Und ich würde sagen, genug davon. Also nochmal vielen, vielen Dank für alles Feedback von euch. Es hat mich sehr berührt und ich feiere das sehr. Und nun würde ich sagen, lass uns in das Soulbiz Reading der Woche reingehen. und, ja, wieder zu diesem Wochenstart, zu dieser neuen, wundervollen Woche, dass wir ja, die geilste Woche ever manifestieren. Die geilste, wundervollste und erfolgreichste Woche ever manifestieren. Und dieses Soulbiz Reading soll einen Beitrag dazu leisten. Und wenn du das erste Mal das hörst, dann geht es hier darum, es geht um deine Ausrichtung, es geht um die Thematik, die ja, die deine Aufmerksamkeit benötigt und einfach genauer hinzuschauen, um was geht es da. Ja, und du wählst, du kannst wählen zwischen der 1, 2, 3 oder eben eine Zahlenkombination von diesen drei Zahlen. Und dieses Soulbiz Reading gibt es hier zum einmal in als Wort, als gesprochenes Wort von mir. Du kannst es aber auch auf meinem Instagram-Kanal unter Heidi Wellmann findest du auch unten drunter verlinkt. kannst du dir das Ganze auch in Bild abholen und dir das Bild einfach herunterladen und mit dieser Botschaft, mit dieser Message deines Service Readings und dann wirst du immer wieder daran erinnert. Das ist wie zu sagen, wie dass du den Fokus darauf hältst, was für dich ganz besonders wichtig ist. Genau. Also es geht um Intention und es geht um Klarheit und deswegen Intention und Klarheit führen zu erfüllendem Volk. Führen zu erfüllendem Erfolg. Kommt davon, wenn man mal so schnell reden möchte. Und tatsächlich genau hierfür legen wir mit diesem Soulbiz Reading den Grundstein für diese Woche. Die Frage ist, bist du bereit dazu? Bist du bereit zu wählen? Bist du bereit zu schauen, was ja, was dein Thema ist? Okay, dann los. Dann atme einmal tief durch. Atme ein und aus. Und nimm dir einen Moment und mach dir bewusst, was du diese Woche erreichen möchtest. Was für einen Wunsch hast du für diese Woche? Was ist deine Intention für diese Woche? Geh da mal hinein und spür mal. Und nun wähle. Wähle, wie gesagt, die 1, 2, 3 oder eine Zahlenkombination davon. Und in den Show Notes findest du auch die Zeiten, der einzelnen Abschnitte, also der 1, der 2 oder 3, sodass du gleich zu der jeweiligen, ja, zu deinem persönlichen Soulbiz Reading vorspulen kannst. Okay. Also, wir sind ready. Ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1. Und wenn du die 1 gewählt hast, dann ist die Botschaft für dich, bleib dran, bis du dein Ziel erreicht hast. Ich sag's nochmal. Bleib dran, bis du dein Ziel erreicht hast. Ich weiß, du hast ein bestimmtes Ziel mit deinem Business oder du hast vielleicht sogar ein bestimmtes Projekt jetzt gerade am Laufen. Und vielleicht läuft es gerade nicht so gut, wie du dir es vorstellst. Aber gib nicht auf. Bleib dran, bis du dein Ziel erreicht hast. Das, was sich gerade zeigt, ist nur eine Einladung, dir bewusst zu machen, ja, das, was du nicht willst, zeigt sich vielleicht. Und du denkst, hm, ich hab keinen Bock und immer diese Steine, die mir in den Weg gelegt werden und es klappt doch nicht. Hör auf damit. Das, was nicht, scheinbar nicht klappt, was dir nicht gefällt, was dir gerade um die Ohren fliegt, ist einfach nur dafür da, als Kontrast, damit du erkennst, was du wirklich willst. Und dass du deinen Fokus auf das lenkst, was du wirklich willst. Also nochmal, bleib dran, bis du dein Ziel erreicht hast. Und dann noch was, die meisten geben viel zu früh auf. Sie tun alles, um dann doch irgendwann aufzugeben. So nach dem Motto, ich hab's doch probiert. Ja, probieren. Das geht hier nicht darum, bei dir geht's nicht darum, das probieren. Bei dir geht's darum, dass du dran bleibst, dass du diese Entscheidung triffst, dass du einfach siehst, okay, ah, dieser Kontrast zeigt sich jetzt gerade, und was will ich? Und dann wieder den Fokus darauf lenken, was du wirklich willst. Erinnere dich da dran, du bist ein machtvolles Schöpferwesen. Du bist nicht verloren. Und nichts geschieht zufällig. All das hast du dir manifestiert. Auch das, was du nicht willst. Um zu erkennen, oder um Bewusstsein dafür zu haben, was du eigentlich wirklich willst. es geht darum anzuerkennen, wer du in Wirklichkeit bist, ein machtvoller Schöpferwesen, und wie du in Wahrheit wirklich wirkst, als machtvoller Schöpferwesen. Und es geht darum, dran zu bleiben. Auch wenn sich zum Beispiel dein gewünschter Termin, für das, was du dir gerade vorgenommen hast, vielleicht kommt es jetzt gerade viel, viel näher. Und du denkst, oh, eigentlich müsste doch schon alles parat sein, aber es sind doch jetzt nur noch zwei Tage, oder nur noch ein Tag. Und es ist nicht so, wie ich es gerne wollte. Hör auf, dich verrückt zu machen mit der Zeit. Nochmal, bleib dran, bis du dein Ziel erreicht hast. Bleib dran. Ja? Und vielleicht geschieht es dann nicht an diesem Tag. Vielleicht einen Tag später, oder zwei Tage, oder zwei Wochen später. Die Zeit ist relativ. Nur wir geben dieser Zeit eine Bedeutung. Hier und jetzt ist alles da. Das Fantastische ist, und das möchte ich dir ganz deutlich sagen, Das, was du dir wünschst, ist schon da. Es ist in deinem Feld. Sonst hättest du gar keine Verbindung dazu. Sonst würdest du dir das nicht wünschen. Also es ist schon da. Die Herausforderung zur Zeit ist Folgendes. Es zeigt sich noch nicht in deinem Leben, weil du immer wieder aus dieser Frequenz rausgehst. Das heißt, da, wo dein Wunsch gerade schon ist, ist vielleicht, wenn ich das jetzt bildlich darstellen würde, ein paar Stufen über deiner Energiefrequenz. Deine Aufgabe ist es, in die Energiefrequenz hineinzugehen, also dich hinauf zu begeben, wenn du so willst. Und die Energiefrequenz von dem, was du dir wünschst, kommt nicht zu dir hinunter. Also nicht, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin so arm, ich bin so arm, es klappt nicht, kommt es nicht zu dir und wird sagen, oh, okay, dann komme ich halt auch niedrig schwingend zu dir und dann klappt das. Nein, es ist dein Job, höher zu schwingen, wieder in die Energie zu kommen, dir vorzustellen, es im energetischen Besitz zu nehmen, was du wirklich willst, um wieder in dieser Energie zu sein, also dass das Matching wieder da ist. Und je länger und je intensiver dir das gelingt, desto schneller wird sich das manifestieren. Aber nochmal, es ist alles schon da. Es ist nur dein Job, in diese Energie hineinzugehen. Also, bleib dran, bis du dein Ziel erreicht hast. Wenn du hier bei Unterstützung möchtest, schau dich gern auf heidiemariewellmann.de schrägstrich aktuelles um. Da wird dir geholfen, je nachdem, wo du gerade stehst. Ob du ein Business starten willst, dann ist die Soulbiz Journey das Richtige oder du hast schon ein Business, dann ist die Soulbiz Launch perfekt für dich oder wie schon vorhin gesagt, vielleicht ist auch die Soulbiz Reading für dich. Also, für alles kannst du dich gerade bewerben. Alles findest du unten drunter verlinkt. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit und bis zum nächsten Mal. So, und nun kommen wir zu der 2. Wenn du die 2 gewählt hast, dann geht es darum, gegen was kämpfst du noch, was deinen erfüllenden Erfolg im Business verhindert? Das ist die Frage an dich. Gegen was kämpfst du? Wo bist du im Kampfmodus? Wo bist du in dieser Dagegen-Energie? Wo bist du in diesem Widerstand drin? Widerstand kreiert nicht. Nicht das, was du willst. Kreiert im Grunde das, was du nicht willst. Also eigentlich ist es nicht richtig, dass Widerstand nicht kreiert. Es kreiert nur das, was du nicht willst. Also, wogegen kämpfst du? Kämpfst du immer noch gegen dich, gegen deine aktuelle Situation, in deinem Job, in deinem Business, in deinen Beziehungen, gegen dein Bankkonto, gegen die Kriegstreiber, gegen die Politiker, gegen die Nachbarn, gegen die Esos, gegen die Veganer, gegen die Nicht-Veganer, gegen deinen geringen Erfolg, gegen dein, was auch immer. Wogegen kämpfst du? In welcher Situation bist du nicht im Frieden mit dir und der Situation? Du hast zu wenig Kunden und du bist genervt, dass du nicht genug Kunden hast? Du machst alles Mögliche und stellst alles Mögliche an? Und genau da ist der Punkt. Dieses Extreme, es klappt etwas nicht und dann dieses extreme Anstrengen, das ist Widerstand, das ist nicht energetischer Flow. Das ist nicht das, wo du das manifestieren kannst, was du eigentlich wirklich willst. Du manifestierst nur das, was du nicht willst. Und du Nummer zwei, wenn du die zwei gewählt hast, dann ist es eine Einladung, dahin zu schauen, aufzuhören, zu kämpfen. Und stell dir mal so Fragen, in welcher Situation bist du nicht in Frieden mit dir? In welcher Situation bist du nicht in Frieden mit einer bestimmten Situation? In welcher Thematik kocht dir das Blut? Bist du voller Zorn, recht haben wollen, voller, ich weiß es auch besser, verzweifelt, hilflos, machtlos, eben nicht im Frieden? Darum geht es. Und bei dir geht es darum, ganz brutal ehrlich zu schauen. Und weißt du was? Dieses brutal ehrlich hinschauen ist deine Erlösung, ist auch der Schiff, den du jetzt für dein Business, für deine Erfüllung, brauchst den Anführungsstrich. Dieses aufhören zu kämpfen, ich weiß, ich kenne das, also ich habe kämpfen, sozusagen erfunden. Und dieses raus aus diesem Kampf zu gehen, dich erst mal hinzugeben und anzuerkennen, ich habe das kreiert. Das, was jetzt gerade ist, habe ich kreiert. Und das ist völlig in Ordnung so. Ich übernehme die Verantwortung. Und das, was sich jetzt nicht zeigt, ist im Grunde nur dafür da, damit ich erkenne und ein Bewusstsein dafür habe, was ich wirklich will. Es ist nicht, damit du weiter dagegen ankämpfst. Das ist oft, dass Menschen das einfach falsch verstehen. Sie sehen nur, es klappt irgendetwas nicht und dann wird dagegen gegangen oder sich weggeduckt. Beides ist nicht wirklich hilfreich. Aber wenn du erkennst, was es wirklich ist, diese Situation, die du nicht willst, die dir nicht gefällt, die dich herausfordert, die dir Angst macht, was auch immer, die ist nur da, als Kontrast, um Bewusstsein dafür zu haben, welches Thema jetzt bei dir dran ist. Und also das, gegen was du kämpfst, ist die Einladung, ist das Geschenk. Und wenn du aufhörst zu kämpfen und dich mal fragst, wo ist das Geschenk hier? Um was geht es hier wirklich? Das zeigt sich jetzt. Es zeigt sich zu wenig Kunden. Okay, was will ich anstatt dessen? Ich will mit meinen Lieblingskunden zusammenwirken. Ich möchte erfüllende Erfolge mit meinen Lieblingskunden feiern. Ich möchte gemeinsam, keine Ahnung, Healing Sessions oder Coachings oder was auch immer bei dir ist. Ich möchte gemeinsam mit meinen Lieblingskunden wirken. Geh in diese Energie hinein. Spürst du, was das ausmacht? Anstatt zu sagen, ich habe nicht genug Kunden und ich weiß nicht, was ich machen soll, wo soll ich meinen nächsten Kunden herbekommen? Hör auf damit. Es zeigt nur, dass du einfach in diese Energie hineingehen darfst, wie es ist, mit deinen Kunden zusammenzuwirken. Und je mehr du dir erlaubst, in dieser Energie zu sein, desto mehr dehnst du dich aus und desto mehr bist du in diesem Fall auch energetisch sichtbar für deine Lieblingskunden. Aber wenn du nur kämpfst und immer nur suchst nach einer Möglichkeit, wie mache ich das? Wie kann ich besseres Marketing machen? Wie komme ich an mehr Kunden? Was ist das für eine Energie? Was ist das für eine Energie? Und deine Energie bestimmt immer dein Output. Also hör auf zu kämpfen. Das ging, wenn du in diesem Kampfmodus bist, das macht eng, das macht klein, das hält dich energetisch. Ja, es ist wie wenn du denn, du kennst bestimmt Harry Potter und ich weiß nicht, in welchem Part es war, das war noch ziemlich am Anfang mit diesem Tarnumhang. Und genau das ist es. Wenn du im Kampfmodus bist, gegen irgendetwas, dann bist du im Tarnmodus und zwar zu dem, was du eigentlich wirklich willst. Mach dir das bewusst. Wenn du gegen etwas ankämpfst, bist du im Tarnmodus gegen das, was du wirklich willst oder für das, was du wirklich willst. Und wenn du aber beginnst jetzt, sozusagen deinen Tarnumhang abzulegen, aufzuhören, zu kämpfen, in deine Energie zu kommen, dir bewusst zu machen, ah, okay, um das Thema geht's. Das Leben zeigt mir das Thema, was jetzt dran ist. Du hast auch bloß zu wenig Geld auf dem Konto, weil du das Thema transformieren kannst, wenn es dich anspringt. Dann ist jetzt dran, genau hinzuschauen, warum ist das so? Was steckt dahinter? Erlaubst du dir nicht genug? Fühlst du dich nicht würdig genug? Glaubst du, du musst hart arbeiten für dein Geld? Glaubst du, du hast noch nicht genug getan, um mehr Geld zu haben? Und so weiter. Es kann unterschiedlich sein. Es sind so Themen, die gehen wir, zum Beispiel in der Soulbiz Lounge, gehen wir die im Detail an. Wir schauen uns das an und transformieren da auch diese Themen, also diese Kampfthemen, wo wir gegen ankämpfen könnten im Business und schauen uns an, was liegt dahinter. Oder natürlich auch in einem Soulbiz Reading, dass wir einfach da schauen, okay, auf tiefster energetischer Ebene, wo ist da der Punkt, was du abgespeichert hast in deinem System und mit dir rumschleppst die ganze Zeit und immer wieder in so einer Dauerschleife drin bist. Und ich weiß, viele wollen das mit diesem Verstand lösen und sagen, ja, aber ich muss dann 1, 2, 3, 4, 5 machen, wenn ich nicht genug Kunden habe, dann muss ich ja das und das und das und das machen, die Aktion starten, damit ich mehr Kunden bekomme. Und ich sage dir, stopp. Du darfst es erst auf energetischer Ebene entwirren. Du darfst es energetisch dahinter schauen, das Geschenk erkennen. Ja, wenn du das nämlich nicht tust, dann kann es durchaus sein, dass du, wenn du dich anstrengst, dass irgendetwas ganz gut klappt, was du da machst, aber es keine nachhaltigen Erfolge bringt. Also, bei dir geht es wirklich darum, ganz brutal ehrlich zu sein, dich zu fragen, gegen was kämpfe ich noch, was meinen erfüllenden Erfolg im Business verhindert. Ja, und als sozusagen erweiternde Frage, schenke ich dir jetzt noch eine Frage und die, gehe mit dieser Frage in diese Woche hinein und stelle sie dir wirklich in Dauerschleife. Was kann ich tun, sein, lassen und empfangen, um in Frieden zu sein? Und jetzt kannst du das allgemein die Frage stellen, du kannst aber auch die Frage stellen, ganz konkret, was kann ich tun, sein, lassen und empfangen, um in Frieden in meinem Business zu sein, in meinem Marketing zu sein? mit meinen Einnahmen zu sein? Und dann, wenn du dir diese Frage stellst, dann werden, allein durch diese Frage Stellung, stell sie dir einfach mal, wirst du merken, dass sich dein Energiefeld einfach ausdehnt, dass du nicht mehr diesen Tarnumhang aufhast, dass du ihn ablegst und dadurch kommst du wieder in eine höhere Energiefrequenz und schwingst höher und kommst dann auch auf die Energiefrequenz, auf der sich das befindet, was du eigentlich willst, denn alles ist schon da. Also, hör auf zu kämpfen. Und wenn du hierbei Unterstützung möchtest, dann schau gerne, welches Projekt für dich das Richtige ist, ob es zum Beispiel die Solvice Journey für dich ist, wenn du ein Business starten möchtest und ja, den perfekten Business Start hinlegen möchtest, um das Seelenbusiness zu manifestieren, was du dir wirklich wünschst, ist die Solvice Journey perfekt. Oder du hast schon ein Business und du hast dieses Auf und Ab und du hast keine Lust mehr dazu, dann könnte tatsächlich ja, die Solvice Lounge, dieses tägliche Seelenbusiness schon perfekt sein für dich oder auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Solvice Healing. Genau, also, was es auch immer bei dir ist, schau unten drunter und dann wirb dich gerne. So, ich wünsche dir eine fantastische Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und nun kommen wir zu der Nummer 3. Hey, wenn du die 3 gewählt hast, dann lautet die Botschaft an dich. Wenn du dich für Kunden verbiegst, dann machen genau diese die Biege. Das ist ein sehr eindringlicher Spruch und ich möchte dich hier tatsächlich einladen. Wenn du die 3 gewählt hast, dann neigst du ein bisschen dazu, dich für deine Kunden in irgendeiner Form zu verbiegen, weil du glaubst, du müsstest dich besser machen oder geschmeidiger machen oder preisgünstiger oder preishöher machen oder was auch immer, damit du deine Kunden bekommst. Und ich frage dich, willst du das wirklich? Lass uns mal darüber sprechen. Lass uns über deine Kunden sprechen. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du jetzt das Gefühl hast, nee, die 3, das ist nett für mich. Ich schaue bei der 1 und bei der 2 vorbei. Das ist, ich verbiege mich nicht für meine Kunden. Ist das so? Ist es wirklich so? Bleib mal kurz noch hier. Ist es wirklich so? Machst du dir keine Gedanken darüber, wie du bei deinen Kunden, bei deinen potenziellen Kunden ankommst, was sie über dich denken, ob du professionell genug bist, ob du gut genug bist. Und du machst dir auch keine Gedanken zu deinem Logo. Du bastelst noch nicht ständig an deiner Homepage rum oder an deinen Produkten, an deinem Marketing. In der Hoffnung, dass es irgendwie besser ist. Und wenn das nächste, die nächste Marketingaktion daherkommt, schaust du nicht, ah, vielleicht könnte das, könnte auch vielleicht sein. Oder verfolgst du ein paar Menschen, wo du das Gefühl hast, ja, die sind erfolgreich und schaust, ah, wie die das machen und übernimmst es vielleicht bewusst wie unbewusst. Und du hast noch nie überlegt, deine Preise zu verändern, weil du glaubst, dass das könnte dein Verkauf ankommeln, das könnte dazu führen, dass du mehr Einnahmen hast. habe ich dich irgendwie ertappt, getriggert? Okay, dann nochmal, super. Dann ist es genau der Punkt. Du hast nicht für umsonst die drei gewählt, du bist nicht für umsonst hier. Also irgendetwas bei dir ist tatsächlich da, wo du noch den Fokus mehr auf dem Außen hast und dich anpasst in irgendeiner Form, weil du glaubst, du müsstest das machen. Aber ich möchte dir zurufen, hey, es ist dein Business, es ist dein Seelenbusiness, es sind deine Regeln und erst dadurch, durch diese Einstellung und durch dieses Handeln, wirst du genau diejenigen anziehen, die auch wirklich zu dir passen. Immer, wenn du versuchst, etwas zu tun und du willst es eigentlich nicht wirklich, aber du glaubst, du müsstest es tun, weil es üblich ist, weil es andere machen, die erfolgreich sind, weil es so gelehrt wird, immer dann ist es die Garantie dafür, dass du nicht damit erfolgreich werden wirst. Ich habe das schon, die Erfahrung habe ich und meine Kunden schon zigmal gemacht. Ich weiß, du willst es gut machen und du gibst noch ein Angebot und noch eine Stunde mehr und du hast alles gegeben, du hast mehr gegeben, als vereinbart war zum Beispiel. Und trotzdem hast du das Gefühl, gerade dann irgendwie, gerade bei den Kunden zum Beispiel, auch bei denen du dich extrem viel angestrengt hast, irgendwie kommt dann doch nicht das raus. Und weißt du, der Grund hierfür und hier bitte, sorry, not sorry, der Grund hierfür ist deine Programmierung. Und die Programmierung könnte höchstwahrscheinlich lauten, ich bin nicht gut genug. Ich muss irgendetwas reicht nicht, wie ich bin. Ich muss noch irgendetwas besser machen. Ich muss mich noch irgendwie besser darstellen. Ich muss mich anpassen. Und genau da ist die Krux. Und das Rätsel Lösung ist, mach dir bewusst, wer du in Wahrheit bist. Dass du ein machtvolles, großartiges Schöpferwesen bist, das in dieses Leben gekommen ist, um dieses Leben zu leben, zu feiern. Und mach dir bewusst, wie wertvoll und wichtig du und dein Wirken sind. Verliebe dich in dich selbst, in dein Wirken. Und je mehr du den Fokus auf die Liebe hast, auf die Liebe zu dir, zu deinem Wirken und auch erkennst, wie wertvoll das ist, dann ist alles andere obsolet. Dann dehnst du dich aus, dann dehnt sich dein Energiefeld aus. Hör auf, dich nach anderen zu orientieren. Hör auf, erst andere zu fragen, ob du es bewusst oder unbewusst machst. andere zu fragen ist, auch wenn du andere zum Beispiel auf Social Media ständig verfolgst und dir denkst, oh Gott, so wie sie oder wie er möchte ich unbedingt sein. Auch da lenkst du den Fokus weg von dir, von deiner einzigartigen Großartigkeit. Hör auf damit. Hör auf damit. Du bist nicht hier, um die Kopie von zu sein. Du bist hier, um du selbst zu sein, um deine Einzigartigkeit zu leben, zu zelebrieren. Fühl nur mal hinein, wenn ever, gib dir mal die Erlaubnis, ich erlaube mir, ich selbst zu sein. Ich bin großartig. Ich bin wundervoll. Alles, was ich zu geben habe, ist wichtig und wertvoll. Und dehne dich einfach aus, erlaube dir, diese Sätze zu dir selbst zu sagen. Und bevor du jemand anderes fragst, bevor du deinen Coach jemanden auf Social Media verfolgst oder wie auch immer, schau erst bei dir selbst. Schau erst bei dir, wie willst du es wirklich haben? Willst du wirklich immer noch an deiner Homepage rumbasteln, an deinem Loco, an deiner Marketing Aktivitäten zum hundertsten Mal umschmeißen, weil jetzt gerade wieder eine neue Marketing Sau durchs Dorf getrieben wird und das jetzt gerade was Gutes bringt mit. Richtig erfolgreiche Menschen sind die, die ihren Weg gehen und die dann ihren Weg vermarkten und dann alle rennen sie danach und da funktioniert es bei ein paar und bei den meisten eben nicht. Und jetzt gibt es hier keinen Schuldigen oder sowas, sondern es geht nur darum, der ein oder andere in diesem Spiel hat erkannt, wie großartig er selbst ist und hat sein eigenes Ding gemacht und je mehr du dein eigenes Ding machst, gibt es dieses Matching überhaupt zu den Menschen, zu den Kunden, denen du am meisten dienst. Und es ist im Grunde so, dass du, wenn du deinen Platz einnimmst, in deiner Kraft bist, dann hast du eine bestimmte Ausstrahlung und diese Ausstrahlung trifft auch genau diejenigen, denen du am meisten dienen kannst. Aber jetzt bist du nicht sichtbar für diejenigen, mit denen du am besten zusammenwirken könntest, weil du zu sehr damit beschäftigt bist, dich irgendwie anzupassen. Und richtig geile Lieder und richtig erfolgreiche Menschen, die sind nicht im Kopiermodus bewusst wie unbewusst. Die sind nicht in diesem Modus wie sollte ich machen und ich müsste noch irgendwie noch was dazugeben. Also spricht nichts zum Beispiel gegen dieses Overdeliveren, wenn du es aus dem Herzen machst. Aber wenn du denkst, du müsstest es machen. Weil hier schon, ich hatte gerade vor kurzem eine Kundin und da kommt es ziemlich gut rüber. Eine Kundin von mir, die hatte ihren Preis erhöht und zwar wirklich den Preis, den sie auch gespürt hat und es war genau das Richtige für sie. Und es war ein Preis, den sich vorher nicht annähernd erlaubt hatte. Und was ist passiert? Sie hat dann auch tatsächlich die angezogen mit denen sie super zusammen gearbeitet hat und sie hat sich aber selbst dabei ertappt dass sie währenddessen weil sie den Preis so hoch angesetzt hat immer dabei war noch eins drauf zu setzen also hat sie noch die Aktion noch dazu reingepackt in das Paket und das noch verlängert und so weiter also sie war ständig dabei sozusagen wie zu rechtfertigen diesen Preis und das ist etwas das auch da geht es darum also auch hier sich zu verbiegen das auch wieder diese Energie im Außen aber zu erkennen Moment das ist wertvoll ich bin wertvoll und es ist vollkommen in Ordnung so wie das ist ja also bitte hör auf dich zu verbiegen und nimm das wirklich als Anlass um mal zu schauen schau dir dein business genauer an und schau dich mal selbst an wo verbiegst du dich wo glaubst du müsstest etwas machen was du eigentlich nicht machen willst aber du glaubst du müsstest es weil es üblich ist weil es bei anderen weil du es gesehen hast sei ehrlich zu dir wenn du das hier wenn du dir für Zeit nimmst durchbrichst du das Ganze ja und du gehst auf ein ganz neues Level genau so das war's für dich das war's wenn du hier bei Unterstützung möchtest dann komm gerne je nachdem wo du gerade stehst kannst du dich gerne für eins der Projekte bewerben wie zum Beispiel die Soulbiz Lounge das ist für Soulpreneure die schon ein Business haben und die keine Lust mehr auf auf und ab haben die dieses konstante diese konstante Expansion sich wünschen immer mehr in die eigene Kraft aufzukommen immer mehr selbst zu sein sich selbst zu verwirklichen vor allen Dingen auch im Business und diese einzigartige Großartigkeit vor allen Dingen im Business zu leben und erfüllenden Erfolg zu haben die Einnahmen zu haben die Lieblingskunden den Lifestyle all das ist Teil des Soulbiz Lounge dieses tägliche Seelen Business Gym vielleicht bist du aber noch dabei ein Business aufzubauen dann ist die Soulbiz Journey perfekt für Reading wo wir einfach mal dein komplettes Business durchleuchten je nachdem wo du gerade stehst am Anfang oder schon länger völlig egal genau also kannst dich einfach in Ruhe anschauen und dich dafür bewerben so das war's für heute das war's und ich wünsche dir einen fantastischen Wochenstart und ich freue mich schreib mir gerne welche Wahl du genommen hast was dein Thema ist was dein Gold Nugget ist was du gewählt hast welches Service Reading dein zwar und wie gesagt geh gerne bei Instagram vorbei schreib es mir da auch in die Kommentare und nimm einfach das Bild und lad es dir herunter damit du immer wieder in dieser Energie bleibst immer wieder dran erinnert wirst und ich freue mich einfach wenn du dann auch vielleicht nach ein paar Tagen wieder vorbeikommst und einfach mir erzählst wo du was es mit dir gemacht hat wo du gelandet bist was für Auswirkungen dieses Reading hat weil im Grunde ist dieses Reading es ist ein Soul Biz Talk es ist aber auch ein Coaching letztendlich zu dieser Thematik wo du gerade stehst hab eine fantastische Zeit und bis bald ciao und wie hat dir dieser Podcast gefallen hat er dich inspiriert hat er dir geholfen ich bin echt neugierig und freue mich riesig über dein Feedback auf deinen Golden Agent aus dieser Folge und ganz besonders auf deine Bewertung dieses Podcast denn durch dein Feedback inspirierst du nicht nur mich sondern ganz 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 viel mehr Menschen um erfüllt und erfolgreich ihre Berufung zu leben ist das nicht großartig ich denke dafür lohnt es sich ganz besonders oder mehr Infos zu den aktuellen Angeboten aus der Berufungs- und Seelenbusiness Lounge der größten Online Akademie zu Berufung und Seelenbusiness findest auf unserer Seite unter heidimariemann.de schrägstrich aktuelles